So, hallo, wir machen weiter. Hi Among Us, wir sind immer noch zu 10 und es geht direkt los. Kollege Davos. Willkommen zu Wie werde Millionär. Oh scheiße, ich muss noch ein bisschen nach oben. Ja Rob, genau. Gut, dass du mich daran erinnerst. Iodicium Tribunalis. Wie heißt das nochmal? Jodicium Tribunalis. Okay, wir sind Dingens Gedingse. Bitte nicht gleich tot, das wäre nicht so schön. Oh nein! Hate this! Es leckt! Es hat halt wirklich geleckt, ich weiß nicht ob man es sieht. Oder ob es einfach so aussieht, als hätte ich gefällt, aber es hat echt geleckt. So. Ach, weil die Aufnahme von gerade noch... Okay, passt schon, jetzt ist sie durch. Muss noch gedingst werden. So, was ist das hier? Ach, das ist der Weitel. Red is dead. Red is dead. Wo ist Red? Wo ist Red? Soll ich gleich mal Dings machen? Ich mach gleich mal Dings. Oha. Oha. Conan drückt den Knopf, was gibt's? Ja, rot ist tot. Was? Ja, wir wissen, dass rot tot ist, aber warum... Rot ist tot, ey. Das grün ist mal schwarz. Man kann ja schon mal fragen, ob jemand Rot irgendwo zuletzt gesehen hat. Nein, das ist jetzt... Hast du jetzt irgendwie... Am Anfang. Hast du das jetzt nur gemacht, um den Rhyme zu droppen, um Kollegah zu lassen? Nein, ich hab das nicht gemacht. Ich wollte da... Wenn ihr wisst, dass rot tot ist, woher wissen wir das denn bitte? Ja. Ähm, das ist aber tatsächlich gut, dass du ihn gecallt hast, weil ich kann eine... Eine Sache kann ich sagen. Ja, genau. Ich bin in die Vitals, hab gesehen rot ist tot und dann hab ich den Knopf gedrückt. Ey, yo, ich bin Conan MC und ich hab rot auf tot gerannt. Ich kann eine Sache... Fight as Innocent hat sich den Scan gemacht, während ich daneben stand. Conan, jetzt wissen wir nicht, wo die Leiche ist und das wäre vielleicht wichtiger. Wir wissen nur, dass sie tot ist. Das ist echt wahr. Das ist halt echt... Also ich check überhaupt nicht, warum du das gemacht hast. Aber Conan wollte auch mal rappen. Ja, ich bin Conan MC. Und ich komm mit... Ja, also wie gesagt, damit das nicht ganz sinnlos war, Fight as Innocent. So, fertig. Ah, okay. Okay. Dann wollten wir... Ja, aber keiner hat Rotzulettet irgendwo gesehen. Es gibt zwar keine Animation mehr, aber warum sollte er sich 10 Sekunden auf dem Scanner stehen, wenn ich daneben stehe? Also es gibt keinen Sinn. Söni, was hast denn du für Tasks so gemacht, die Runde? Alle. Er ist gemutet, also. Er ist gemutet, aber... Ja, ja, ich hab zuerst einen Planeten gesucht. Dann hab ich so vier Sachen in eine Box einsortiert. Und wo? In Specimen. Wer sagt das? Sagt das? Söni? Söni hat das gesagt, ja. Dann lügst du, oder? Die vier Sachen... Wie lügt der gerade? Das passt. Das ist in Specimen. Nein. Der war gerade bei mir auch... Ja, 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 ja. Die... 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 Die vier Sachen... Hast du die vier Sachen in die Box schnell einsortiert? Also hast du es schnell... Ja. Ich hatte Angst, dass du mich verfolgst und wollte dann wirklich schnell... Ach, scheiße, okay. Ich dachte, du hast mich gar nicht gesehen. Ich hab mich gewundert, dass du da so schnell wieder raus warst. Also, du kannst doch nicht von Specimen kommen, oder? Doch, klar. Er kommt doch dann über Admin zu Vitals rein. Genau. Söni ist durch Admin dann rausgekommen. Ich hab Zyni gesehen. Ich hab mich gewundert, dass du Specimen so schnell wieder verlassen hast. Und ich dachte... Ach so, wow. Wow. Zyni von links. Also, ich weiß nicht... Hä, nein. Ich kann bei Weitest von unten. Gut, dann war das auch absoluter No-Brainer. Dann wird das unwichtig. Ich muss mir nochmal die Map anschauen, um zu gucken, ob das so stimmt. Ja, das haut her. Conan MC hat immer noch Rot auf Tod gereimt. Yeah. Der Wirtschaftslehrer mit der Credibility. Ja, du musst einen Reim auf Wirtschaftslehrer finden. Jungbrutalen Wirtschaftslehrer. Ey, yo, ich bin Conan MC. Ich komm mit Atemschutzmaske in den Wirtschaftsunterricht. Ist mir ganz egal, was du Teuder verbrichst. Okay. Ach, Dani, nee. Du brauchst dafür einen 44er Bizeps, dann versuch's nochmal. Ey, den hab ich fast. Ist es eigentlich normal, dass Veits Name rot ist? Wieso? Warte, 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 safe. Denn ich denk dir, ich harte. Okay. Gut. Ja, ich wollte halt mal den Knopf drücken. Auch mal. Jetzt hab ich's zum ersten Mal gemacht. Äh, gehen wir, gehen wir, gehen wir gleich die ganzen Geschichten da runter. Ach Mensch, ich lauf hier gegen die Karte die ganze Zeit. Oh ne, Asteroidenräumen ist auch wieder am Start. Also gar keine Lust drauf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zea Nord, bitte töte mich nicht. Sehr schön. Der G ist am Start. Da können wir wieder hier hoch gehen. Oh, da drin killen ist ganz ungünstig. Jo. Äh, hier. Purple war, ähm, in... Dekompini... Dekompini... Dekon, ähm, oben. Dekon-Dekon-Dekon-Dem-Dem-Namination meinst du? Er hat das geschafft rauszugehen. Das kann doch nicht sein. Ich weiß nicht, wer... ob oder... mir jemand entgegengekommen ist. Rob, you kann es nicht gewesen sein. Hä? Also... der ist mit mir in dieselbe Richtung gegangen. Es muss bestimmt... Ich frage euch, Ricardo, wie hieß du eigentlich nochmal? In-game? Ich heiße Counter. Okay, die Namen verwirrme ich. Immer noch ein bisschen. Ja, okay, ich... Kollege heißt es nicht. Ich hab das ja auch... Hä? Aber also... Mir ist bestimmt jemand vorbeigegangen. Ist er mit? Ist er mit? Ist er mit? Im Poster? Ich bin verwirrt. Er ist mit im Poster. Das war aber auch ziemlich lange, bevor der Report jetzt kam. Es kann auch sein, dass die Leiche schon länger dort war. Wo das Self-Report... Der muss ihn doch gesehen haben, sonst funktioniert es doch nicht. Ricardo macht sowas nicht. Aber lass ihn mal voten. Haben wir irgendwelche Infos? Ich hab wirklich... Ich hab nichts gesehen. Und es war schon wieder niemand, der diesen komischen Öl-Task da gemacht hat. Ah. Aber dann gibt's wie zu viele jetzt. Ja, der Robchu nicht... Wie hat er denn... Drei Stück oder so? Muss ich mal auf der Aufnahme gucken, was Robchu nachgemacht hat danach. Okay, votet irgendwer irgendwen? Der kann doch... Wir skippen. Es sind sieben Leute. Ja, der Ding von Raum ist ja zu. Ja, gut. Du kannst es euch trotzdem zu den voten, aber... Heftet euch jetzt mal aneinander irgendwie. Danke. Also die Besatzung muss jetzt mal ein bisschen spänen und ein bisschen... Leute angucken, glaube ich. Wie das jetzt funktioniert hat, weiß ich auch nicht. Was sie so machen. Entschuldigung. Jetzt hab ich noch ganz schön viel zu erledigen als Geist. Aber ist okay. So viel ist es auch nicht mehr. Der Baum und die Asteroiden. Können wir das bitte schaffen, bevor irgendwas reportet wird? Das wäre super. Ich hasse alles. Gibt's dir aber Schlag auf Schlag, ey? Also ich... Also... Gelb liegt unten bei O2. Und Reggie ist mir entgegengekommen. Ja, das kann ich bestätigen. Ja, dann ist doch Reggie. Ja. Würde ich auch sagen, ja. Ja, würd ich auch sagen. Ach du Scheiße. Das ging wirklich schnell, ey. Das ging wirklich schnell, ey. Ich brauch noch... Zumindest jetzt ehrlich. Ja, ist alles egal. Ich brauch hier Final Word von Zünni, ob das stimmt alles. Äh... Also ich hab... War auch bei O2. Und die einzige Person, die ich gesehen hab, war hinter mir... Äh... Kollegah. Also... Sag mal, ich... War ich das? Ich muss nachher nachfragen. Aber... Keine Ahnung. Wer hat denn jetzt schon alles... Du hättest die gevotet. Ich hab euch die gevotet. Wahrscheinlich... Ja, ne... Also wenn zwei Leute... Ja, das war das auch. Äh... Kollegah sagt... Äh... Nice. Also wenn Regi wirklich auch Imposter war... Was? Wenn Regi wirklich auch Imposter war... Dann muss Counter vorhin Robchu übersehen haben, als der mich gekillt hat. Ja, bin ich denn bescheuert? Was? Es geht doch gar nicht. Hä? Ah, jetzt, ey. Da ist er. Der nächste Tote. Seht ihr? Jetzt reportet! Yes! Yo, es ist Kollegah. Ja, es ist Kollegah, der Boss. Der Boss hat gekillt. Ahhhh... Ja, Colin war's. Na endlich. Ah, fast. Ah, zum Glück ist das vorbei. Aber war knapp. Ja, wenn man halt alleine ist, ist das nicht mehr so... Ich mein, die Tasks waren ja auch fast fertig. Hm. Es war nicht so einfach. Wenigstens habe ich Conan Mücke. Das ist das Wichtigste. Aber Riccardo, hast du nicht ihn noch im... Der muss doch im Dekon-Raum mit mir zusammen gewesen sein. Das muss ziemlich knapp gewesen sein, ja. Jetzt kommt gleich wieder die Begründung von Conan, jetzt hat er nämlich die Hälfte der Aufnahmezeit seit er tot ist darüber geredet, dass es bestimmt Ricky ist und jetzt ist er ganz verblüht. Ja, tatsächlich, tatsächlich, weil, weil, äh, hab ich tatsächlich, weil ich nicht verstanden habe, wie er nicht Robchu da drin sehen konnte, weil der, der Raum ist doch, konntest du da wieder raus schützen? Conan, vor zwei Runden, vor zwei Runden hab ich Riccardo gekillt, während du da rumstandest und ich bin noch vor deinen Augen in Wend gegangen. Aber jetzt, das hat natürlich gelaufen, dass du dich, äh... Aber er hat mich im Dekon-Raum gekillt, er war doch mit eingesperrt und dann kam, äh, Ricky sofort rein und hat reportet. Ach so, du meinst, dass er das... Ach so, du meinst, dass er das... Ich bin kurz hinter euch gekillt worden, also Reggie kam mir quasi entgegen, also wo, wo, wo du Conan zum Dekon gegangen bist, kam Reggie entgegen und hat er mich gekillt. Also es war alles sehr knapp aufeinander. Ja, ich hatte das Gefühl, dass du gesehen hast, dass ich mich scheiße angestellt habe, da dachte ich, ich muss dich killen. Ja. Und da kam die anderen. Da hatte ich ja... Weil als Tote hat es dann für mich gewirkt, dass, dass Ricky hier gerade gegen sein... Und dann hat er gegenseitig mit, 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 mit Robczy sich sozusagen safen, weil er gesehen hat, wie, wie ich gekillt wurde und dann sozusagen sagt, ja, hier, äh, Connel liegt da, aber sonst war da keiner, so ungefähr. Und Robczy müsste ja da gewesen sein. Ah, Mist, ich werde auch nicht gewinnen, ey, so ne Scheiße. Ich bin Robczy gewesen. Okay. Daniel, ich brauche Daniel. Hat mich total verwirrt. Ja, let's go. Und er hat keine Zeit gehabt, dich zu töten, irgendwie. Aber... Aber er ist... Wahrscheinlich ist Robczy doch einfach weggelaufen dann, oder? Und dadurch hat Ricky ihn nicht gesehen. Aber er muss... Also er war ja im D-Content... Das ist das, was ich nicht verstehe. Alles egal, okay. Ich bin auch... Ich hab dich gekillt und er mich nach unten gelaufen. Ah, dann war die Tür nochmal offen, oder was? Hast du sicher? Ah, okay. Die Tür war... Die geht nicht sofort zu. Die geht nicht sofort zu. Die geht nicht direkt. Deswegen hab ich... Ich musste dich ja schnell... Ja, okay. Dann hat er... Dann war er tatsächlich... Okay, alles klar. Ey, Reggie, wir haben gut angefangen, aber dann, ey... Aber es war jetzt auf jeden Fall... Ja. Es war noch gute Runden jetzt. Ich glaube, jetzt ist es auf jeden Fall gut... Äh... Gut gebalanced. Ja, also 2 gegen 10 passt schon. Äh... 2 gegen... Gegen 10... Ach... Äh... 10 gegen... Ach nein, 8 gegen 2... Beif ist schon schwer. 2 gegen... 2 gegen... 2 gegen... Ich dachte immer... 3 Bier... Ich dachte immer... 6 gegen 5 gegen Willi... Colin, jetzt nicht wieder... Colin, bitte jetzt nicht wieder einfach den roten Knopf drücken. So... Ach, Mensch, ey... Es ist... Es ist traurig. Bitte töte mich nicht. Wann ist der Kill... Cooldown runter? Ich weiß es nicht. Aber er macht natürlich jetzt das gleiche wie ich. Klar. Soll er auch sonst tun. Gehen wir wieder hier runter. Machen den nächsten Quatsch auf. Gehen wir wieder hier hoch. Äh... Machen den nächsten Quatsch auf. Wieso läuft Dani da nach hinten? Was... Was wollte Dani da? Verläuft er sich einfach so wie ich auch immer? Oder... Läuft er einfach wahllos durch die Gegend? Ne... Wahrscheinlich dachte er auch, da ist ein Eingang. Weil so wie... Ne... Wenn man... Wenn man manchmal hier denkt... Also das kann ich mir schon vorstellen. Da würde ich ihn jetzt nicht automatisch suspekten. Wo ist die Milchstraße? Oder was auch immer das da ist. Äh... Ne, hier unten. Ah, die zwei Dinge. Das ist das mit dem Temperaturkram. Und genau das Ding. Ah, das muss ich dann wieder nach oben gehen. Okay, aber der ist diesmal sehr angenehm. Machen wir erst den Temperaturkram mit. Oh... Zwei Grad! Ach, Fein ist es dann wieder. Ich mach's nicht selber. Äh... Ich war grad mit Counter zusammen. Und bin dann... Wir haben uns dann getrennt, nachdem wir... Schmieren beim Brot. Aus... Moment, wie heißt das? Aus... Und der O2 raus sind. Und ich bin in die Communications reingegangen. Und da lag der Herr Rasierer LP auf dem Boden. Moment, Counter war... Entschuldigung. Die war bei dir? Ja. Wir waren zusammen... Die ganze Zeit. Also er kann's nicht sagen. Nicht die ganze Zeit, aber schon die letzten... Die letzte Minute ungefähr. Es war sehr schön zusammen, ja. Ähm... Ja. Ich... Ich hatte nur wieder jemanden auf dem Scanner gesehen. Diesmal war es Reggie. Ansonsten hatte ich nichts Auffälliges gesehen. Ich war mit ein paar Leuten durch. Specimen gegangen. Dani war unternahm da. Ich glaub, der war auch hinter uns. Äh... Wir haben doch Visual Tasks ausgemacht. Was hat das mit dem Scanner noch gemacht? Ja, 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 genau. Deswegen... Ich hab ihn nur auf dem Scanner stehen sehen. Also ich kann nicht sagen, ob er wirklich den Task gemacht hat, aber... Okay. Ja. Ich war die ganze Zeit in den Laboratory. Ja, ich hab keine Ahnung. Ich hab auch nur Xehan so richtig gesehen. Und Conan lief da irgendwie rum und dann... Ja, genau. Am Anfang... Bei dem... Bei dem... Muss ich wieder sagen... Linken Löffel, da mal nach hinten gelaufen bist. Obwohl das Ding gar nicht an war. Achso, ja, wow. Du hast die einfach verlaufen, ne? Achso, ja, wow. Weil ich die Map... Ich hatte die Map offen und dachte, ich wäre in die Tür reingehend. Ja, ja, kenn ich. 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 Kann ich jetzt sagen, ich hab mir schon gedacht, dass du dir das gedacht hast. Aber sag. Okay, gut. Skip. Ich hoffe, dass ich die nächste Leiche nicht finde. Kollege, magst du auch noch was klicken? Ich glaube, er ist gerade weggegangen, oder? Wir können sonst noch 70 Sekunden warten. Meint er ja nicht, dass er sich ein Brot schmiert, oder war das Rasierer? Nee, schmiert sich nicht. Kann auch sein. Kann auch sein. Kann auch sein. Guck mal, was für tolle neue YouTube-Accounts hast du so kennengelernt in den letzten 10 Jahren? Übi. Was? Pübi? Das klingt... H-U-E-B-I. Ach, sag mir sogar was, glaube ich. Welche Sprachweise hast du denn von dem Typen übernommen? Bitte? Welche Sprachweise oder welche Floskeln hast du denn von dem Typen übernommen? Ich glaube tatsächlich, dass ich ein paar Mal dieses, äh, etwas wird weggezündet sage. Ja, als schrecklich. Du bist alles am wegzünden. Du bist am hinzünden, am herzünden. Das hat er auch ganz oft gesagt. Am wegzünden, am durchzünden. Das hat er auch ganz oft gesagt. Und diese Aussage mit dem it in, das kommt auch von ihm so ein bisschen. Also das ist natürlich schon nicht jetzt was, was er erfunden hat oder so. Das ist Quatsch. Aber das höre ich zumindest bei ihm ab und zu mal. Was für ein Content macht der denn? Äh, der macht alles Mögliche. Let's Plays, so ein bisschen Re-Life-Kram, Streams. Da kommt ja bei dir wieder Re-Life-Kram. Ja, das ist immer, das wäre doch, das ist doch ne gute Frage. Ja, das ist ein Pfeil halt. Mh, eher weniger. Faldepark oder Phantasialand. Jetzt macht er das. Oder was über deine Dusche oder? Ja. Oder über dein, zur Abwechslung mal über deinen Klokasten oder so. Keine Ahnung. Jetzt machen wir noch die letzten zwei Grad hier. Auch brauchen das Flugteil zwei. Machen wir erst mal den Quatsch, wenn ich das schon habe. Jetzt mach ich erst die zwei Grad. Jetzt ist mir zu. Jetzt ist mir wurscht. Hey, wieso hat das nicht gespeichert? Echt? Boah, jetzt geh mal hoch zu den Löffeln. Ey, wie heißen denn die Dinger? Ich muss mir das mal merken. Wie heiß denn da? Achso, es sind schon alle da. Ah, okay, aber da, wenn drüben ist keiner, dann geh ich drüben hin. Ah, ja, drüben ist scheinbar wirklich keiner. Okay, jetzt ist doch einer drüben. Ah. Aber könnte da ein Imposter dabei gewesen sein, ist die Frage. So, wo muss ich denn jetzt noch? Okay, Communication, dann haben wir es. Allerdings ist es wieder der Daten down und upload. Deswegen... Ach nee, das ist das Ding. Okay, das muss ich starten. Und dann... Muss ich warten, ja. Okay. Äh... Also da lag... Ich bin grad von rechts. ...Schwarz rum. Und Niko ist von der Leiche weggelaufen. Hä, ich bin auf die Leiche zugelaufen. Ich hab doch reportet. Bei mir warst du schon deutlich über die Leiche hinweg, nur um dann mich zu sehen, umzudrehen und dann zu reporten. Nee, ich bin von rechts gekommen. Zünni, wie sagst du nicht vorher reportet? Zünni, wie sagst du nicht vorher reportet? Ich hasse es euch auch sagen. Er war ja viel näher dran. Ich hab ja die Leiche erst gesehen und ihn wieder drauf zu läuft. Das ist echt wieder so eine Aussage, wo jetzt beide die Leiche gesehen haben könnten und beide jetzt zu tun haben. Ja. Ja, ich hab so... Kann ich was vorschlagen? Wir voten Niko raus und dann Zünni und dann freuen wir uns. Nein! Ja. Erst Ricardo. Ich verstehe aber auch nicht, was du meinst. Ich war nicht... Ich bin von rechts gekommen. Ich bin nicht über die Leiche drüber gelaufen. Ich hab direkt reportet. So, du bist ganz deutlich über die Leiche bei mir drüber gelaufen. Das sehe ich als Grund genug an, um den zu voten. Ja, aber eigentlich... Aber irgendwie könnte Zünni ja jetzt auch claimen, dass... Jaaa... Aber Zünni klingt laut Zünni. Wenn wir mal... Nee, Zünni hat... Es war kein... Es war nicht so, dass Zünni ihn vor meinen Augen gekillt hat. Weil ich hab gesehen, dass Zünni... Also Zünni kam von links. Zünni ist nicht... Ich finde aber die Geschichte, dass er... Wahrscheinlich auch vorbeigegangen ist. Und dann auch umgedreht ist, um ihn zu reporten. Warte... Wo waren die jetzt wieder? Ich weiß, soll ich denn... Ich fang jetzt wieder an zu reporten. Aber jetzt Nico killen... Wenn ich gehört zum Poster... Das wäre ja voll langweilig. Warte, 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 warte. Warum ist denn Kollegah kein Angeklagter? Der war doch auch im Raum, oder? Äh... Ich weiß nicht, wo war der überhaupt... Wo war eigentlich überhaupt der Reiche? Nee Kollegah, du warst bei mir... Du warst bei mir... Äh... Das war... Bei Weites im Prinzip... Bei Communications warst du... Ja... Du hast recht bei ihr Bücher. Ja, da war doch Kollegah auch drin. Nein. Nee, 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 nee. Nee, Rockchu war bei mir. Und Conan war auch da. Jaaa... Warte, dann... Okay, gut, dann weiß ich überhaupt nicht, wo die Reiche ist. Aber ich finde irgendwie ein bisschen dächtig, dass Xehan dann so jetzt voll gegen Nico schießt. So eindeutig finde ich das überhaupt nicht. Also was ist denn jetzt Zünni und Xehan, die im Poster sind? Ich bin noch nicht links über die Leiche gelaufen. Ich hatte auch... Deswegen schlage ich ja auch vor, dass wir dann als nächstes Zünni rauswählen. Ich hatte auch vor... Ich sag schon jetzt, das sind Nico und Dani. Also Dani ist schon total defensiv. Das ist... Immer wenn er defensiv ist, muss er immer seinen Partner schützen. Das ist Nico und Dani. Das sag ich. Was bitte? Was bitte? Ich hab's nicht mal verstanden. Wie gesagt, ich schlag das vor. Ich werde gleich auf jeden Fall Weitels überwachen. Ey. Und dann, wenn ein paar mehr Leute sterben, dann drücke ich es uns auf den Knopf. Ich sag's mal so, wenn Zünni die Wahrheit sagt und er mich irgendwie links von der Leiche gesehen hat, dann... Ich hatte vorhin auch mal, dass sich Leute so leicht teleportiert haben und was weiß ich, dass... Wegen Connection oder was auch immer. Aber ich bin von rechts gekommen. Also von daher... Also wenn Nico ein Poster ist, würde ich ihn nicht voten. Ich... Ich finde die Erklärung jetzt aber auch ein bisschen schwanger. Also dieses... Ich bin halt so portiert. Das... Das klingt mit... Das ist mir alles zu vage. In Zweifel für den Angeklagten. Ich skippe. Nico, ich worte dich nicht, weil... Oh, wow. What? Die Macht des Skips. Für die Spannung. War. Gein geschehen. Na dann. So, jetzt machen wir den Communication-Kram fertig. Aber also Nico und Zünni vor beiden ein bisschen... in Acht nehmen vielleicht. Na? Nicht zu einfach. So. Eine links, eine rechts. Dani geht links. Dann gehe ich rechts. Eins immer noch nicht... Okay, jetzt geht Nico rechts. Wie das sind schon welche? Hm. Hm. So, wir haben nichts mehr zu tun. Ich gehe mal zu Vitals. V-Vitals. Aha. Ja. Ich möchte... Also, ich möchte nicht skippen. Mitten in der scheiß Task. Ich glaube es nicht. Ja. Ja. Ich glaube es sind Nico da. Ja, du hast aber recht. Wer hat gerade so schämisch gelacht, war das Conan? Alter, ich. Das war Conan, ja. Alles klar. Ja, ich habe gelacht, weil es mir auch in den Tasks mittendrin ist. Ja, ja, ja. Ja, natürlich. Also, Ricky, du hast mich verunsichert, wie ich noch nie mich in einem LP verunsichert gefühlt habe. Was mache ich denn defensiv? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Du verteidigst Nico. Ja, was ist, wenn Nico... Aber das mache ich doch... So dieses blöd, dumm Dialektische mache ich doch die ganze Zeit. Ich checke das. Ja, aber... Hast ja... Also, vielleicht bist du es auch mit Zünni. Also... Ich lache auf einmal alle, ne? Ja, aber man hört doch raus... Ich bleibe an meiner Meinung. Ich würde jetzt... Ich würde jetzt einmal unsere Prequel nutzen. Und dann kommen wir einmal auf Weitersehen. Unser was nutzen? Ja, dann... Wir wollten Ricardo, genau. Ich bin auch für Ricardo. Achso, ich habe jetzt Nico gewählt. Ich habe auch Nico gewählt. Okay, seid durch den langen Ball da, ey. Ich... Bleib mir treu. Mir ist das alles zu vage. Ihr habt keine Indizien, außer dass Zünni mich angeblich liebt. Es ist halt... Es ist halt... Bei gerade einer Anzahl von Leuten, die noch übrig ist, ist es halt irgendwie doof zu skippen. Da kann man auch einfach einen rausboten. Ja, Ricardo. Boah. Ich habe halt für Nico gewartet. Vielleicht auch Ricardo und CH? Boah, das ist schon heftig. Nein, das sehe ich nicht. Oder du und ich? Warte, es muss doch einer von Zünni und Nico sein. Es ist einfach nicht Nico und ich bin's trotzdem. Es muss nicht einer von Zünni und mir sein. Nein, das stimmt schon, ja. Nee, das stimmt schon, ja. Das ist der erste Kill, dass du... Ja, voll. Beide circa gleichzeitig da drauf gestoßen. Aber ich glaube nicht, dass Zünni es war. Ich weiß halt echt nicht. Eigentlich hat das stimmt. Eigentlich hat auch Zünni nur dich geclaimt, ne? Ich kann übrigens sagen, ich bin in meinen Tasks fertig. Ja, scheiße. Ja, ich noch nicht. Ich muss gleich noch mal ein paar Tasks machen gehen. Das heißt, wenn ich jetzt einfach nicht rumlaufe, ich beobachte euch einfach nur. Habt ihr jetzt alle mich gevotet, oder was? Also ich nicht. Ich habe Colin gevotet. Colin, lass mal zusammenbleiben. Ich habe Ricky gevotet. Ich will jetzt halt eigentlich nicht. Es ist safe, Dani. Für mich ist alles noch zu sagen. Dani ist total safe, klar. Deswegen, wir sagen ja fünf Stimmen was gegen ihn. Weil er so wahnsinnig safe ist. Aber ich gebe jetzt einfach, wenn ihr mich rausvotet, dann vodet ihr mich raus. Oh mein Gott. Da ist er raus. Ihr seid solche langweiler, echt. Okay. Sehr schön. Sorry, Nico. Ich hab getan, was ich konnte. Jut. Ah, danke für den Lauf. Und weiter. Ja, das heißt weiter. Wir sind fertig, ne? That's the thing. Hey Zünni. Ja, da, da gucken nützt jetzt auch nichts. Gehen wir mal lieber hoch und drücken den Kollegen. Ist da noch keiner? Oha, tatsächlich. Das war Zünni. Ähm. Das war Hellblau. Xean. Dani. Okay. Interesting. Ich bleib jetzt mal, wir bleiben jetzt mal zu dritt. Wir bleiben jetzt mal zu dritt. Lauf jetzt einfach mit euch mit. Wenn einer von euch im Post ist, kann nichts passieren. Wie genau die gleichen Tasks? Wie genau die gleichen Tasks? Ich bin sowas von bereit den Report-Button zu drücken, das glaubt ihr gar nicht. So, wir bleiben jetzt zu viert. Zu viert. Abflug. Vierer Gruppe. Dani ist weg. Jetzt nur kurz betonen. Dani ist weg. Okay. Okay. Sehr schön. Ich bin nicht zufrieden, auch wenn wir gewonnen haben. Das war eigentlich voll langweilig. War ziemlich langweilig, ja. Ach, weil... Ich will... Niko, ich wusste, du weißt es, aber ich wollte dich nicht warten. Aber die anderen Leute hatten Tempo. Ja. Also es waren Niko und Dani, sehr schön. Ja, na klar. Man hat das... DANI! Es war halt wirklich einfach so. Sobald wir uns auf die Kur eingeschossen haben, kam Dani plötzlich und hat versucht, andere Leute zu verteidigen. Das stimmt eigentlich. Ja, aber das ist ja die ganze Zeit. Also mal ganz... Aber... Ich hab jetzt dann gedacht, als ich dich mit Cyanon gesehen hab, hab ich gedacht, ich lauf euch mal hinterher, dass wir zu dritt sind. Ja, ich hatte zwischendurch Angst gehabt. Ja, ich hatte zwischendurch Angst gehabt. Ja, das war die ganze Zeit so, Alter. Was ist denn das mit euch, Alter? Ich wusste... Ich wusste... Also ich dachte mir schon mal, Dani, ich hatte zwischendurch leicht Schiss gehabt, aber auf ein... Also ich hatte sich nicht getraut, einfach einen von uns zu können. Aber ich hab mich nicht mal... Nicht mal so suspicious oder dächtig geredet und es waren die ganze Zeit Leute dann zu zweit. Was ist denn das, Alter? Ich hab nicht einen Kill gemacht. Die eine Sache, die dich halt verraten hat, ist, sobald irgendwer gesagt hatte, dass es Niko ist, hast du plötzlich... Hast du plötzlich jemand anders vorgeschlagen, so aus dem Nichts? Aus Prinzip werde ich es jetzt die ganze Zeit übertreiben damit, weil ich will nicht, dass ich die ganze Zeit mache und das überhaupt nicht verdächtig ist, aber ihr habt euch drauf eingeschossen. Und Rico hat mich psychoanalysiert, Rico, Ricky. Ja. Ja, scheiße. Ich glaub, ich hab jetzt mit... War ich zusammen schon im Poster und wir haben immer verloren. Ja. Ich fand halt die Begründung von Zyni, wo er sofort gesagt hat, ja, Niko sei eine Leiche vorbeigelaufen, dann wieder umgedreht und hat den reportet, das war einfach zu bestechend. Das kann man sich nicht ausdenken. Macht auch Sinn. Die nächsten Imposter sind übrigens Conan und Xehanort. Alles klar. Ey, was soll denn das? Dann nimmst du doch die ganze Sparte. Dann schreib mal die Runde, ich werd's sehen. Das heißt, wir voten zuerst Ricardo raus und dann Niko. Alles klar. Machen wir so. Alles klar. Nice. So. Was sind wir? Ja. Okay. Nein. Er hat zumindest... Er hat zumindest einen richtig gehabt. Wow. Das muss man erst mal schaffen. Das muss man erst mal schaffen. Das muss man erst mal schaffen. Okay. Da geht schon einer. Da geht auch schon einer. Das ging ja fix. Erst mal so getan, als wär das so super wichtig. Ja, ja. So ist das. Hä? Ist da einer drin? Ach so. Ah, das bleibt offen. Jetzt versteh ich das. Und dann kann man in dem Moment raus und... Ja, okay. Ich versteh's. Ich versteh, wie das vorn abgelaufen ist. Ich versteh's jetzt sogar besser, wie das abgelaufen ist. Oh, der Lichteffekt hier drin ist eigentlich auch ganz cool übrigens. Ich bin noch nicht so aufgefallen vorn. Also noch passt meine Theorie. Self-Report. Okay. Das ist Reggie und Xehanort. Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Also ich bin's nicht und ich kann auch Kollegah hard clearn, weil der stand gerade neben mir die ganze Zeit auf dem Scanner, während ich das gemacht habe. Okay, ähm. Also ich bin gerade in O2 gegangen und da lag er. Ja. O2. Das ist aber doch da auf der Ecke, oder? Ah ne, O2 ist auf der anderen Seite. Ne, sorry, ja. O2. Warte. Aber Rasierer, wen haben wir noch gesehen? Warten wir nicht die Co rausvoten und nicht killen? Rasierer, sag mal. Wen haben wir da noch gesehen bei O2? Außer Reggie. Er weiß. Weiß? Ja, weiß ist Ricky. Ja, das bin ich. Oh. Aber Gio und Riccardo, alles klar. Ne, ich hab nur weiß eigentlich gesehen und wen noch? Ja, wahrscheinlich mich. Ja. Ja, dann macht's Sinn. Das könnte ein Vent sein. Das könnte ein Vent sein. Also ich kann Rasierer für diesen einen Kill clearn, weil wir sind zusammengelaufen. Die ganze Zeit. Für diesen einen Kill? Okay, also für den nächsten machst du's nicht? Okay. Ach, Mann. Ja, Riccardo ist es, Leute. Ich sag's jetzt. Also Rasierer kann auch mich clearn. Ja. Also. Wie kommst du auf Riccardo? Jetzt bist du aber ein bisschen verteidigend, Riccardo. Also, also. Ja, natürlich, weil Rasierer gar nix sagt. Ist das eigentlich? Ja, ich glaub nicht, dass es ein Self-Report ist. Ich glaube, Reggie wär schlauer als das. Aber ein Vent ist, glaub ich, der, der am Anfang Size-Milk aktiviert hat und ich wusste, was das ist. Wissen ausprobieren. Rasierer hat Sizec gemacht. Ähm. Ja. Es hat aber nix damit zu... Also. Das hat ihn nicht hart geklärt, weil das war ganz relativ am Anfang. Also bin ich ihm gefolgt und er hat nix gemacht. Der hat niemanden getötet. Also er hat definitiv nicht Nico getötet. Ich hab ihn nicht aus meinen Augen verloren. Und ja. Mir kann ich auch nix sagen. Klingt alles, wie immer, recht vage. Aber wieso war jetzt Riccardo kurz verdächtig? Ich bin... Das ist doch nicht. Ich weiß, worauf wir das immer macht. Ach so. Ach ja, ja. Okay. Ja. Also ich weiß nichts aus, als Kollege aus Helpers. Ich kann jetzt mindestens zwei Worts wegen dem Joke. Okay. Nee, dann... Dann... Es ist besser. Wetten, wetten. Okay. Warte. Warte, ich... Ich verlächte jetzt hierhin, der mich gevotet hat. Außer Robby, Robby darf das. Der macht das ja noch ganz gut. Aber cool, nett von dir. Aber... Stockholms-Androm. Aber gut, wenn Robbjus seinen Vot so verschenken will, ist das ja seine Sache. Aber ich glaube... Es gibt noch E hier. Ja, ich denke auch, dass wir es gibt. Ein Profster wird bestimmt drauf springen in der Hoffnung, dass ich gelinscht werde. Nee, da ist keiner drauf gesprungen. Aber stimmt, ist eine interessante Theorie. Kollege, lass mal zusammenbleiben. Mute. Wer bist du? CRN. Ah, okay. Mute, 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 mute. Okay. Mute, 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 mute. Ja. Läuft mal wieder wie so ein Depp durch die Gegend. Das ist das Problem. Kollege, lass mal zusammenbleiben. Wer bist du Xehanort? Wenn ich Xehanort jetzt... Ja, jetzt ist schon wieder Dani am Start. Das ist halt gut. Kommt Dani hier mit rein? Das kann jetzt böse schief gehen, wenn mich jetzt jemand zieht. Nein! Okay, ich hab reported, aber ich hab die Leiche noch nicht gesehen. Ähm, 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 es ist... Connan und Xehan hab ich beide noch reinlaufen sehen. Und Xehan tot ist, würd ich sagen, es ist Connan. Absolut richtig. Xehan ist da reingelaufen. Ich hab dich gesehen, Rob, wie du in den Konterbereich gerade dabei warst, reinzugehen. Und, äh, Connan ist runter zu uns. Ja, also es ist safe, Connan. Aber Connan hat uns auch gesehen. Also, warum hat er da gekillt? Aber gut. Also, ich bin mir sicher, es ist Connan. Der ist da reingegangen. Ich hab den Task vor dem Konterbereich, wollte den machen. Verteidigung kommt doch irgendwie nicht. Ich glaube, der hat schon abgeschlossen. Ja, Connan. Ich bin überwältigt. Ja, ja. Also, wir haben dich auch gesehen, als du runtergekommen bist. Oh, die Luftwärme war ganz dünn da oben. Weißt du, und sich da direkt dann jetzt zu stellen, ist ja wohl noch peinlicher als der Defensiv. Irgendwelche Sche... Ich stell mich ja nicht. Hey, Connan, hast du Nico gekillt? Nee, Xehan hat er gekillt. Ja, aber auch Nico gekillt hat, würde mich interessieren. Achso, achso. Wenn er jetzt nein sagt, wenn er jetzt nein sagt, dann hat er Respekt. Ich hab Nico nicht gekillt. Ja, dann ist geil. Kannst du jetzt mal bitte uns hier nicht beim Arbeiten abhalten und endlich dein scheiß Vote abgeben? Achso, ich muss noch voten. Okay. Ich sag, es ist ein Self-Report. Ja, aber es stimmt, ey, weil Daniel auch nachher reingekommen ist und der die ganze Zeit nicht in den Bereich war. Rockjords gesehen, absolut richtig. Tschüss, du Betrüger. Ach ja. Ich bin ein schlechter Impostor. Aber es macht nichts. Jetzt hat's Reggie wieder... Es ist wieder die gleiche Scheiße. Jetzt ist Reggie wieder alleine unterwegs. Es ist der gleiche Mist wie vorhin. Es ist so... Oh, so ein Mist. Es ist genau der gleiche Mist. Wir machen jetzt erstmal dunkel. So. Dann hat er es vielleicht leichter, irgendwo einen Kill zu setzen. Weil ich hätte den Cooldown erst abwarten sollen, ne? Zyni! Zyni! Zyni hier unten! Zyni hier unten! Zyni hier unten! Nein! Das wäre die Chance gewesen. Ja! Zyni! Yes! Jetzt weg! Weg! Husch! 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 Feid kommt und hat nichts gesehen. Er findet die Leiche, aber niemand weiß, woher er kommt. Perfekt. Feid Selfreports sind riskant. Guten Tag. Ich habe den Telefon. Er liegt unten, links, im, äh, mittlerweile sollte ich wissen, wie die heißen, oder? Warfums. Ist doch egal. Im Südwesten, ja. Wir wissen, was du meinst. Also, Dani kann mich klären, ich kann Dani klären. Ja, true. Also, du warst halt oben rechts, dementsprechend. Unwahrscheinlich, dass du unten links. Ich bin auch jetzt gerade zu Contamination gegangen, äh, zu Specimen gegangen und, äh, ja. Hast du noch den, den Task fertig gemacht und bist deswegen nicht in Contamination reingegangen oder was ist so? Ich wollte, ich wollte, ähm, die Task machen, du bist einmal dann in Contamination, ich wollte, aber ich habe es verliehen, deswegen habe ich das abgebrochen und mir war es irgendwie wichtiger, hier zu bleiben. Richtig süß. Sättig zu machen. Also jetzt, jetzt kann ich Counter wirklich klären. Ja, also, stimmt schon. Ich glaube, auch Robchoo war es nicht. Ja, Robchoo ist, klar, das nicht war. Also, Feid, Feid wieder mit seinem berühmt-berüchtigten Self-Report. Also, ich kann sagen, ich bin, äh, von dem Upload, nee, von dem Download gekommen, beziehungsweise, Oh ja, Quatsch dich, verquatsch dich, verquatsch dich. habe ich das zweite oder dritte, äh, Rad gerade aufgedreht wurde und das Wasser da kam. Ne, das erste oder zweite und war auf dem Weg zum zweiten oder dritten. So. Ja, okay, okay. Feid hört sich sehr glaubwürdig an. Ich würde sagen, es ist Reggie. Ich glaube, Rasierer war, war es nicht. Ich glaube, es ist Riccardo. Nee, Riccardo ist es nicht. Riccardo ist es auch und Colin auch und Reggie auch. Genau, vier Leute. Ja. Reggie, das ist eine sehr, sehr gute Reaktion von dir, gar nicht verdächtig. Das, das was? Oder was? Wer hat Rasierer vielleicht irgendwas gesehen oder irgendwas zu berichten? Also, das Ding bei Rasierer ist, ich habe ihn, glaube ich, in der ersten Runde, wir waren zusammen, war das diese? Ich meine, wir haben auch, wir waren natürlich, wir haben natürlich jetzt auch den Luxus, wir können jetzt Reggie rausvoten, wenn er es nicht ist, dann Rasierer rausvoten und einfach jetzt zusammenbleiben. Weil das nicht Sinn, was dann? Dann ist halt Feid und der Feid gewinnt. Nee, dann bist du es, nee, ich habe das gewonnen. Ja, das wird nicht passieren, dementsprechend, ich sage Reggie. Ja, ich skipp das lieber. Okay, hast du jemals geskippt? Ja, manchmal schon, ja, als alle Nico gewartet haben, zum Beispiel. Yes! Bruder! Warum skippst du bitte? Boah, übertrieben suspicious. Weil es verdammt nochmal witzig ist. Nee, nicht du, Counterfeit. Weil nicht genug Anhaltspunkte für mich gewesen ist. Oh mein Gott, war das close. Das Problem ist, Reggie ist böse, es sass. Er muss jetzt killen, ohne, oh. Also ich, mach mal den hier. Was ist das Scheiß, Ablaut? Ich glaube es nicht, ey. Oh. Schneller, ey, schneller, ich habe auch keine Zeit. Obju, du bist, äh, ungemutet. Wusste ich. Also hier kann man mit dem Ding nicht gewinnen, weil bis in der Minute hat es auf jeden Fall jeder gedrückt. Das ist problematisch. Aber er findet jetzt halt auch niemanden. Hä, drückt keiner drauf? Schade. Das war ein Versuch. Das war ein Versuch. Rasierer ist da oben, aber mit Veit. gut, er könnte sich ihn jetzt anschließen und ich könnte versuchen, die Kollegen zu trennen. Willst du ihn wirklich killen? Ey, okay. Jetzt, das Problem ist, wir verlieren allein schon durch die, durch die Tasks. Tasks sind gleich durch. Nein, mach doch nicht gleich wieder das Licht an. Es soll dir doch helfen. Es soll dir doch eigentlich helfen. Shit, ey. Was sind eigentlich das für Knöpfe? Mach ich da einfach dann das Lager zu, zum Beispiel? Ah, I see. Interesting. Oha, er hat gekillt. Aber, ja, aber dann ist, ja, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, das, das war's. Den hat er doch gesehen. Die haben sich doch gegenseitig. Die Leiche ist, äh, im Laboratorium. Ja. Und, während ich die entdeckt habe, kam mir irgendeiner entgegen, dessen Farbe ich leider nicht mehr weiß. Und oben rechts war Reggie am Gerät, das ihn scannen würde, wenn er, äh, ein Besatzungsmitglied wäre. Also, Reggie kam dir nicht entgegen? Ne, der war oben rechts, der war noch am scannen. Okay, also, Counterfeit war unten rechts. Und Dani, du warst es nicht, du warst ganz woanders, weil ich hab dich gar nicht mehr gesehen in der letzten Zeit. Aber, aber weiß, weiß war es auch nicht. und da ich Fight auch nicht gesehen hab, hat das Schwarze mir aufgefallen. Ich nehm Riccardo. Ich leg mich da jetzt einfach mal fest. Also, Riccardo ist es, glaube ich, nicht. Counterfeit war unten rechts bei mir. Fight war auch unten. Es müsste doch ready sein. Es muss eigentlich ready sein. Oder es ist ein Zelt. Ja, das verwirrt mich, weil er war halt oben rechts am scannen und stand da halt nur rum. Ich meine, das kann natürlich auch Absicht sein. Aber wenn die Leiche da schon war? Ja, aber es kam mir auch irgendwann entgegen. Ich hab auf die Farbe da nicht geachtet, das tut mir leid. Stimmt, ich war oben rechts. Ich war da an diesem Scannen-Ding da. Bist du, bist du ihm entgegengekommen, Riccardo? Bist du? Ich und Dani waren ja, ähm, alle hier bei Admin sehr lange zusammen. So hat das Licht aus. Bist du denn, bist du denn, bist du denn gerade, Rock True, also Kollegah, entgegengekommen, Ricci? Nein, ich bin, ähm, jetzt in... Ich meine, sie gehen ziemlich auf Ricci, aber... Rock True, niemand entgegengekommen sein. Sollen wir skippen? Sollen wir skippen und einfach die letzten Taschen? Nee, lass doch, lass doch Reggie voten einfach. Ist doch safe play. Wenn es gegen Reggie läuft, ist es nicht. Warum ist es Roppel denn nicht? So safe ist der Play nicht. Wenn Daniel und Riccardo die beiden Impostor sind, dann gewinnen die Impostor. Conan, Conan is safe Impostor. Conan is... Also ich kann mir auch vorstellen, dass es Roppel war. Kann ich mir ja vorstellen, dann ist er jetzt nicht. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Dann gehen wir halt gleich an den Emergency Button. Keine Ahnung. Ja, ich würde entweder Reggie auch rausvoten oder skippen. Mir ist es egal. Wenn es egal ist, dann können wir ja nicht voten. Also ich vote jetzt Reggie. Let's fucking go. ich auch. Ah, shit. Fight? Shit. Das bin ich wieder angemault hier. Shit. 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 Reggie hat auch keine letzten Worte. Ja, voll. Ja, okay. Ich mach es ihm aber auch immer schwer, dass ich sobald ausfliege. Die Kompetenz hat mal anfangs Videos schon mal. ich war mir bei dir echt nicht sicher. Es tut mir leid. Also ich war mir bei meiner Vorhersage 50 Prozent recht. Reggie hat sich aber am Ende auch echt innocent verhalten. Ich wollte dich diesmal echt nicht takten, Riccardo, aber irgendwie, es tut mir leid. Ich war mir echt nicht, bei Conan trotzdem irgendwie nicht ganz sicher. Je länger die Runde dauerte, desto mehr zweifelartig dann drauf. Das war ein bisschen. Ja, es war ein dummer Kill. Mal wieder. Bin kein guter Imposter. Aber, wer ist das schon? Ich hab eben schon wieder ausgesehen, Self-Report gemacht. Ich bin da irgendwie spitze drin. Ich hab mich eben fast selber gemeldet. Oder bitte eben selber die Säge abgelaufen. Aber ihr habt ganz schön lange gebraucht, um das eine Mal den Dings auszumachen. Obwohl der eine ganze Minute durchläuft, war der bis 18 Sekunden. Ja, ja, ja. Da hatte ich schon Hoffnung, dass es dadurch noch am Ende gut geht, aber dann ist doch irgendwann welche hochgelaufen, leider. Ich hatte andere Prioritäten. Ja, das ist okay. Du kannst die 60 Sekunden gerne durchlaufen lassen. Irgendwer hat auch noch lauthals darüber geredet, dass er im Donut hängt. Ich glaub, das war Robcho. Ja, ich war nicht. Ja, das Ding ist, ich mein, wenn ich am Mikrofon trinke, ich nirg den Knopf und manchmal reagiert das irgendwie nicht. Ja, Ich hab ja was gesagt, alles gut, gar kein Ding. Ja, das könnte mir irgendwann auch mal passieren, weil ich mute mich halt einfach gar nicht. Böser Knopf, böser Knopf. Ja, ich hab den Vorteil, ich muss mich muten, da ich ja mit meinen Zuschauern rede. Welche? Okay. Welche Zuschauer? Gut. Lego. Letzte Runde für dieses Video. Let's fucking go. Ricardo ist es? Nein. Diesmal ist es, Daniel und ich, Daniel, ich komm 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 komm. Ab dafür. Alles klar. Bin ich wieder sass sein. Äh, sass, äh, hier. Och nein. LOL. Jetzt ist es wirklich das, was Counter vorhergesagt hat. Du machst so schnell die neue Runde, das ist doch unglaublich. Jetzt ist es wirklich das, was Counter vorhergesagt hat. Was Counter? Wer war's denn? Doch, ich glaub war Counter. Das muss ich nachher unbedingt, unbedingt anbringen. Das Counter, das einfach predicted hat. Das ist ja insane. Insane. Das ist ja komplett insane. Aber es ist wirklich schwierig, als Imposter anzufangen, wenn so viele, ne? Es ist so, moaaaaah. Das ist echt so ein, egal wo du rumläufst, vor allem wenn es so viele sind, egal wo du rumläufst, ne? Es sind überall, sind welche und keine Ahnung. kom-sabotiert, okay. Wenn jetzt kom-sabotiert ist, sollte ich nicht gerade so tun, als würde ich Dings machen, ne? Ich hätte Reggie gerade super killen können. Scheiße. Habe ich nicht genutzt. Das ist kacke. Okay, komme ich scheinbar schon wieder durch. Ups. Ich muss aufpassen, dass ich nicht auffalle. Oha. Ich habe endlich mal den Report-Knopf gefangen. Krass. Warum war es so wichtig, dass du den schnellstmöglich gefunden hast? Weil ich immer daneben klicke, weil ich immer aufgeregt bin. Scheiße eben. Leiche liegt genau über Security. Nein. Hä, doch. Nein. Hä, doch. in dem Gang über Electrical und Security liegt die Leiche. Ich wollte dich nur irritieren. Ach so. Nein. Ich habe jetzt können gewartet, weil er so... Äh, doch. Also Zyni, der geschont. Ja, weil ich finde es schon, ich finde es immer noch aufregend, wenn einfach eine Leiche da liegt und ich den Report-Knopf drücken kann. Das ist so selten. Oh, ich habe eine Leiche. Oh, cool. Ich bin so aufgeregt. Um mal den, um mal den Satz zu vollständigen. Wir waren gerade alle bei Spass. Spass, Mann. Genau. Zyni, Xeha, Nico und ich. Richtig, da bin ich euch noch entgegengekommen. Ich war der einzige bei Spass. Also Reggie ist auch runtergegangen, oder? Ich war der einzige bei Spass. Ich glaube, ich habe nur Konter gesehen. Ja, also ich war mit Dani safe auch noch bei Dani und noch wem war ich safe auch bei Spass. Das war aber später in der Runde. Ja, und dann war dieses Com-Ding wurde irgendwie sabotiert. Dann wollte ich zu diesem Antennen-Ding runterlaufen. Dann war das aber schon gemacht. Und dann bin ich da oben weitergelaufen. Und in dem Gang war, wie gesagt, die Leiche. Ja, tut mir leid. Ich war auf jeden Fall der einzige. Das war voll dumm. Als dieses Communication gecallt wurde, da war ich gerade, da wollte ich gerade auf die Map gucken, was ich nochmal für Tasks und Specimen hatte. Aber da war die abgelaufen. Da hatte ich dann nur, ich glaube, ich hatte zwei Tasks. Ich hatte jetzt aber nur einen da gemacht. Das war ziemlich dumm. Ich hatte ihn anderen halt nicht mehr gesehen gehabt auf der Karte. Ja, du kannst ja, wenn Com an ist, dann ist eigentlich das Einzige, was man machen muss. Man kann ja nur dann Com die Aktivität. Genau. Dann war Com, glaube ich, irgendwann wieder an. Aber dann war ich auch schon wieder auf dem Weg nach draußen und dann kam der Report. Naja, wie auch immer. Muss ich ja gleich nochmal rein. Ja, also meiner Meinung nach muss der Tod schon länger her sein. Ich bin der Tod. Der Tod? Den brauchen wir nicht. Warum sollte der oder warum muss der länger her sein? Also was für ein Indiz. Also die Leiche schon stinkt. Ja, so ein Gefähr. Ja, keine Ahnung. Da vorne schon fliegen drumherum. Naja, ganz viele waren rechts, wo ich ja dann noch durchgelaufen bin. Ich meine, keiner von uns hat Freitmeerleben gesehen, oder? Ja, eben. Das meine ich. Drei Leute waren halt rechts. Ich meine, klar, theoretisch könnte auch jemand gerade runtergelaufen sein, kurz bevor ich die Leiche gesehen habe. Insofern kann es auch kurz gewesen sein, aber... Also theoretisch, theoretisch könntest du auch gesehen haben, wie wir drei nach rechts gegangen sind, bist du dann nach links gegangen deswegen, weil du gedacht hast, da kann ich eh keinen killen. Hast dann einen Feit da alleine rumlaufen sehen und hast ihn dann gekillt. Ich habe Feit nicht gekillt. Mann, die Leiche stimmt ja schon. Oh ja, oh. Ja, aber ich meine, also er hat natürlich recht, aber wenn Feit noch länger am Leben gewesen wäre, da hätte ihn ja noch jemand gesehen. Was noch besser ist, es gibt bitte jemanden, ich möchte nicht das Konnen rausgehen. Achso, das freut mich. Entstanden, hast du. Ja, Respekt an den Impost auf jeden Fall. Äh, doch. Oha, Reggie hat mich gevotet, okay. Statement. Alles klar. Merk ich mir. So, diesmal. Ich habe doch gedrückt beim Mute. Ich habe, ich schwöre, ich habe gedrückt. Ach ja. Ist alles nicht so einfach. Ist alles nicht so einfach. So, ich mache jetzt den Quatsch hier, weil es dauert ewig. Wenn er nicht wegläuft, kill ich ihn. Mir egal. Ich kill ihn nicht. Ich habe mich wohl ein paar Mal verdrückt. Ich hasse dieses Ding. So. Jetzt habe ich das gemacht. Kommt mir jemand hier entgegen oder nicht? Das ist halt so die Frage. Bist du des Wahnsinns? Bist du denn des Wahnsinns? Da killt er ihn einfach. Ich habe, ich will so nichts, ich will sowas von nichts falsch machen, ne? Es ist so schwierig. Läuft er mir hinterher? Ich, wir machen uns doch voll, oh mein Gott, ich fühle mich die ganze Zeit sass, wenn ich es halt bin. Das ist so, ah. Es ist so richtig kritisch. Ich könnte ja wieder den nächsten finden. Will ich gar nicht rumlaufen. Lull. Gucke jetzt hier die Vitals an. Oha, da ist jemand zusätzlich ja gestorben. Krass. So, hier muss ich mal kurz, oha, okay. Ah, da waren wir gleich hinter der Tür. Okay, wo? Welche Tür? Hier, am Laboratorium, da, wo die Dekontaminationszone ist. Ja, okay. Also, wenn du da die Tür aufmachst, dann, also, während, ich habe, ich war mit Nico zusammen, während, glaube ich, Nico die Aufgabe vor der Tür gemacht hat, habe ich die geöffnet und dann, habe ich da so ein weißes Häufchen Elend gesehen. Also, also, Dani war bei mir bei Communications, also, der kann es nicht sein. Ja, das ist richtig. Reggie dementsprechend auch. Ich war ziemlich, ich war ziemlich lange bei Conan, ich war dann zwischendurch in O2 bei, äh, lass mich Nico noch irgendwie rumgelaufen, äh, vorbeigelaufen. Ich glaube, wenn Nico irgendwie drei Pixel bei deiner rechts gelaufen wäre, hätte er auch reporten können. Ah, okay. Aber warte mal, er sagt ja irgendwie nichts, also, Nico, hörst du was, was sagst du, wir hören nichts. Du hast Nico noch in Communications gesehen. Ne, äh, war der nicht beim Baum gewesen, oder war das jemand anders? Ich hatte zwei Leute beim Baum gesehen gehabt, also, das war mir nichts. Ja, das waren Nico und ich, und dann sind wir halt weitergelaufen. Genau, und ja, und ich, ich bin dann mit Conan zu Office gegangen, da hatten wir uns dann verloren. Das war nicht am Ende der Runde, das war irgendwie vor knapp 30 Sekunden. 15 Sekunden oder so. 17,52 Sekunden, um genau zu sehen. Kann man in 17,52, nee, zwei, fünf Sekunden, kann man in der Zeit zum Laboratory kommen, ohne zu werden. Ich meine, die waren zu zweit unterwegs, wie ich das nicht wäre. Ja, wir waren die ganze Zeit zu zweit unterwegs. Also, wenn Nico das bestätigen würde, wäre es ganz nett, aber er sagt gerade irgendwie nichts. Ich glaube, die Geschichte schon. Nico, hallo, bist du noch da? Ja, ich, äh, bin gerade nicht so richtig bei der Sache, aber ich weiß, Achso, ja, ich habe es gelesen, Nico. Ich war am Ende gerade bei einem Wires-Task, das ist mein letzter Task, da war ich gerade mittendrin, dann kam der Report. Ich weiß aber gar nicht mehr, wo ich war. Okay. Ich denke, auf jeden Fall sind nicht beide von denen. Das wäre komisch. Was, ich habe Zünni links, glaube ich, auch nochmal gesehen, irgendwie bei O2 oder so. Ich weiß es nicht mehr genau, aber. Da war ich dann zum Anfang. Zünni gar nicht gesehen, glaube ich. Zünni, Conan, was sagt ihr denn so zu der Ernst und Schose? Irgendwie müssen wir doch mal ein bisschen was erfahren. Also ich hatte Conan am Ende bei mir mit, beim Office mit gesehen. Ja, da bin ich hingegangen, nachdem ich mich von Xehanort getrennt habe. Ja. Und weiter? Ja. Ja, dann kam der Report. Ah, und davor? Davor war ich mit Xehanort zusammen. Ja, genau. Hast du richtig gekämpft? Erzähl mal. Ich weiß, ich weiß, wo ich mich für Conan getroffen hatte, waren wir halt links beim, beim, beim Baum, also bei O2 gewesen, da die Richtung. Wo der vorher war, kann ich nicht sagen, aber, ja, ich wurde auf jeden Fall skippt. Ich war, äh, Kollege. Ich überlege gerade, wer das war. Ich habe irgendeinen gesehen, als ich diese, diese Simon Sesting gemacht habe, aber das ist schon eine Weile her. Scheiße. Okay. Veggie, hat Nico, Veggie, machst du irgendwie, Veggie, wuffelst du oder? Nichts gedrückt. Du hast gesagt, du wurdest Kollege, an das Nico gewartet. Sehr schön. Ich habe, gibt's Tipps. Finde ich gut so Leute, die zu ihrem Wortschneiden sind. Veggie hat, Veggie hat, äh, Nico gewartet, nicht ich. Als Toter möchte ich übrigens noch anmerken, dass ich es, äh, sehr beleidigend finde, dass Counter und Fight getötet wurden. Ja. Hehehe. Noch nie gew- Äh, gemutet, ja. Ich bin noch nie gewendet, das ist ganz komisch. Das ist ganz komisch. Ich trau mich das auch nicht, weil man denkt immer, man wird einfach sofort gesehen. Das ist ganz merkwürdig, ne? Ich bin jetzt diese scheiß Tür nicht auf. Ach. Bin wieder zu langsam hier. Wie Nico einfach Schiss hat. Holy shit, man. Jetzt versuchen wir das nochmal vernünftig. War damit nämlich noch nicht fertig. Liegen einfach zwei Leichen. Das ist jetzt egal, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt erwischt werde, ist es wurscht, weil wir haben jetzt zwei Tote. Das passt. Wir haben zwei Kills, das passt. Die können nicht beide gleichzeitig rauswoten. Wir müssen uns schicken, weil die Dings gleich durch sind. Ich muss den nächsten Kill sofort setzen. Sobald ich jetzt einen sehe, ist der nächste tot. So, der nächste Kill ist vorbereitet. Du musst nur einen finden, einen einzelnen. Okay, mach mal kurz das Licht. Shit. Wen hab ich denn gefunden? Genau. Der Nico lag bei dem Decontamination, dem hinteren, also dem beim Admin. Ich hab Zyni gerade noch, ich hab Zyni gerade noch Laboratory in den oberen Contamination-Bereich gehen sehen und der ist jetzt offenbar auch tot. Ich hab einer, ich hab einer. Nee, da war ich nicht. Wir haben, wir haben ein Problem. Ich hab einer mir vorbeilaufen sehen, aber ich weiß nicht, wer. Wir haben zwei, ja, das Problem war zwei. Ich habe, ich habe noch Rasierer, Rasierer in der Nähe von Zyni gesehen. Und Zyni ist tot. Okay. Aber Dani, wir haben ja zusammen dieses Elektro-Fix-Task gemacht, ne? Dabei bei einem Klo. Und dann bin ich weiter nach Ost, äh, nach Westen. Also raus aus dem Labor. Also ich bin super langsam, ich war im Storage, mir ist niemand hinterhergelaufen vom Laboratory aus. Ich weiß nicht, wie du mich dann nicht, oder wo bist du denn hingegangen? Als du da wieder rausgegangen bist. Ich war noch gar nicht draußen, wo ich am Ausgang war, wurde reportet. Aber ich war halt auf dem Weg. Conan, wo warst du? Als es reportet wurde? Ja. Lass mich kurz die Karte aufmachen. Wo war ich denn? Ja, wo war ich denn? Ist eine gute Frage. Einmal hatten wir uns noch gesehen können, das war, glaube ich, beim Office. Das war aber nicht am Ende der Runde, muss ich zugeben. Nee, nee, das war nicht am Ende der Runde. Reggie, wo warst du? Ich? Ja. Äh, ich bin gerade ins Laboratory gegangen, von, äh, über dem Storage aus. Und da ist mir irgendwann vorbeigelaufen. Ich glaube, es war entweder Conan oder Rasierer. Ich glaube, es war eine Toilette Farber. Nee, ich war bei Elektrik. Hä, bin ich jetzt dumm? Ich habe irgendwie das Licht. warte, 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 und wo hat dir Zyni zuletzt gesehen? Ich habe Licht gefixt zuletzt, glaube ich. Ich habe Zyni, ich habe Zyni im Laboratory gesehen, wie er halt an mir von links kommt, nach rechts gegangen ist. Ich bin links lang gegangen, also ich bin, wir sind uns alleinander vorbeigelaufen. Und dann kam, habe ich es noch so bis kurz vor den Eingang von Electrical geschafft, also vielleicht zehn Sekunden. Und dann kam der Report und Zyni war auch tot. Und da war Rasierer. Aber Rasierer sagt halt, er wäre rausgegangen. Reggie sagt, er war auch bei Rasierer. So einer ist euch noch entgegengekommen. Also eigentlich, Colin, wenn du Electrical irgendwie warst, Ich habe zum Schluss das Licht gefixt, ja. Dann kann Nico nur von Xehan gekillt worden sein. Und das ist ein Self-Report. Wie soll denn Rasierer das schon? Aber ich, ja, aber wer hat denn, wer hat denn Zyni gekillt? Also der war ja auf der komplett anderen Seite. Ja, das war dann Reggie oder Rasierer. Einer von, also das warst du dann nicht. Aber ich würde schon sagen, dass du am eindeutigsten da unten rechts warst. Dann haben wir so zwei Reds. Warum sollte ich jetzt, warum sollte ich jetzt einen Self-Report machen? Zehn Sekunden, zehn Sekunden. Ich wollte Reggie. Wir müssen irgendwas machen. Ja, wir müssen was machen. Wieso Reggie? Keiner. Wow, ich habe auch gekackt. Oh mein Gott, ich habe nicht. Aber ich hätte Xehan geklickt und dann wäre er wieder. Worldplay. Ist durch, aber Rasierer und Xehan. Ja, bestimmt. Oh fuck, ich wusste, ich wusste, ich wusste, dass sie beiden das seid. Ich wusste es. Oh Gott, wenn ich nicht mehr so still war. Und dann kam Xehan entgegen unten. Wie viele Leute haben wir in Spissimen gekillt? Vier? Drei Leute und mit Zyni vier am Ende. Okay. Ich war so unständlich, ob ich Niko killen soll oder nicht. Und dann habe ich gesehen, da liebte Leichen. Und dann dachte ich, okay, wenn Niko jetzt da langläuft, dann weiß der ja, dass du das warst. Ja. Und auf dem war das super weird. Ich habe auch Leichelein gesehen, wie der gekillt hat. Er hat tatsächlich nicht gewusst, weil das Licht war aus. Ah, okay. Er hat mich nicht gesehen. Ich habe mich an euch vorbeigeschlichen, während das Licht aus war. Also du hast es natürlich gesehen, aber. Ah, das habe ich dann gar nicht. Aus meiner Perspektive, wie er sich vorbeigeschlichen hat. Weil die keine Sau Lust hatte, die Leiche zu fixen. Uff. Und Xena kam entgegenspecimen. Und dann ist der Zeuggelein auf der so, fuck, der killt mich jetzt. Und dann sehe ich die Leiche und dann killt er mich. Ja, ich bin einfach außen rum gegangen und bin ein bisschen im Gang stehen geblieben, weil ich dachte, ach, vielleicht kommt ja noch jemand und dann kam irgendwann Zyni. Aber das war ein bisschen, das war ein bisschen sketchy, muss ich zugeben, wo ich Zyni gekillt habe. Ja, ich habe von ihm auch Lifeline gesehen, wie ihr gekillt habt. Und ich bin instant oben rum dahin gelaufen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass der Kill-Coldown noch gar nicht so weit runter sein kann. Das Ding ist, ich hatte Angst, dass Rasierer umdreht und dann Zyni sieht und dann sich noch daran erinnert, dass ich da zuletzt war und den reportet und mich dann rausfiehlt. Deswegen bin ich schnell zurückgegangen und habe Nico self-reportet und habe dann so getan, als wäre ich auf der ganz anderen Seite gewesen. Ey, Dan hat die richtigen Schüsse gezogen am Ende, aber leider hat es irgendein Spock und auch Regie die Zunge. Irgendjemand hat Regie gewählt und dann war halt vorbei. Colin hat mich voll verarscht. Colin, hast du Zyni gekillt oder was? Nee, ich habe Nico gekillt. Ach, du hast Nico gekillt? Ah, und Xero. Daniko, Daniko. Ich hatte tatsächlich nicht verarscht. Ich hatte tatsächlich irgendwen im Gang zu Admin gekillt und dann kam Nico und Colin und ging nach dir so, ja, Colin wird das schon richten und der hatte Nico gekillt und dann habe ich irgendwann noch Zyni gekillt. Und ich habe tatsächlich gerade die Lichter gefixt, das ist mir dann tatsächlich auch wieder eingefallen. Ich war praktisch bereit, den nächsten Kill zu machen. Ich habe gesagt, der nächste, der vorbeiluft, wird einfach sofort umgenietet, weil wir ja eh schon zwei Wett hatten weiter. Mann, Scheiße. Ich habe mir von Anfang an gesagt, dass sowas bei Stern keinen Sinn macht. Was ich am Anfang der Runde gesagt habe, Counter hat's predicted. Das war zwar eins davor, aber im Counter hat's predicted. Ich habe auch gesagt, dass wir beide Imposter werden, stimmt. Richtig. Ich dachte nicht, dass Xero das ist, als ich es wusste, hatte ich halt noch eine halbe Sekunde zu leben. Das war natürlich doof. Ich bin erstmal mit Conan zusammengelaufen, dachte so, okay, ja gut, wir klieren uns. Dann kam Stern von hinten und schürtet mich und dann so, ey, Conan, warum reportest du mich nicht? Ich fand das, 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 oh, wir haben jetzt ein großes Problem. Das fand ich gut. Sehr gut. Sehr gut, ja. Oh, ey. Erstmal meinen Monitor kaputtgeschlagen, direkt neu hingekauft. Schon wieder. Na ja, ich hab doch fünf am Schrank. Jede Isaac-Folge einen Monitor weniger. Ab fünf Ersatz am Schrank, normal, immer. Warum wirkt dein Holy Mantle nicht bei Donation Machines? Oh, nein, erinnere mich nicht dran. Oh, das war so furchtbar. Ist so einen geilen One-Eyfer weggeschmissen, ey. Ich raste aus. Colin, wo steht der Farb? Ja, guckst, sagst du auch, ich soll probieren und da soll ich dann doch nicht probieren. Ne, ich dann, das Ding jetzt, du hast das schon mal probiert gehabt. Ja, da, das Ding ist, du hast einen Charakter ohne Leben, da würde ich das nicht versuchen. Ja, ist ja richtig. So haben wir sie davon. Eine scheiß Münze? Es ist ja richtig. Colin, wo steht, wo steht der Part? Äh, eine Stunde sechs. Ja, dann machen wir doch noch eine Runde. Let's go, so. Ja, die Frage ist, wollt ihr noch eine Runde oder wollt ihr noch einen kompletten Part? Part? Für noch eine ganze Nacht. Okay, dann schließe ich den Part hier erstmal ab. Das war echt mit meiner Mutter. Okay, sorry, es ist noch eine Aufnahme. Wir gucken, was noch kommt. Danke fürs Zuschauen an der Stelle. Danke, danke, danke. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.